Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Uho, Funchfun. Alert, Covenant-Dropship inbound, du musst dich suchen für Survivors, wenn du sofort evaseln möchtest. Oh je. Aha, 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 okay. Oh oh. Scheiße. Jetzt bin ich am Arsch. Wenn ich hier nicht, wenn ich mich hier nicht gleich verpisse, bin ich am Arsch. Oh oh. Das war die falsche Taste. Okay. Ach ne, nicht von vorne, oder? War super. Ich lauf bis dorthin und dann machen wir's gleich weiter. So weiter geht's, jetzt haben wir die schon alle dort besiegt und jetzt gehen wir halt einfach weiter und hoffen, es kommen nicht mehr so viele Gegner. Und ich hab bemerkt, dass ich in den letzten Folgen wiederum zu... also in den letzten Pass von den ganzen anderen Let's Plays und Halo auch zu nah am Mikrofon war. Jetzt gucke ich, ob das jetzt ganz okay ist. Das ist die nächste Hill. Wir sollten checken, um zu sehen, ob es keine Survivors gibt. Ich glaub, das war die Gegner. Nee, die... Nee. Ich glaub, Survivors hieß, ähm, Leben. Der... Also überlebte... Leute, die halt überlebt haben. Weil Gegner war, glaub ich, was anderes. Also wer ein gutes Englisch hat, der könnte mir ja ruhig Bescheid sagen. Oh, ich hätte was einer meiner Typen angeschossen. Einer meiner Kollegen. Ja, komm. Oh, shit. Okay, wer hat noch ihn geschlagen? Okay, man hat... ... etwas geschlagen. Oh, ich hab schon... Ah, mit... F... Aha. Okay, man schlagt mit F. Jetzt geht's ab. Aber erstmal noch... Ja. Obwohl, nee. So. Ich hab jetzt grad nur das kleine Mini-Fenster dort etwas... Ja. Oh. Das Fenster ist mir zu groß. Ups. Ja. 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 Okay, weiter geht's. Skleri gucke. Ja. Ja, ist er. Ja. Ich habe mich nicht alle verletziert. Ja. 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 Das war's. Schau, Scharp, Kovendant-Dropship auf der Anrufe. Ich kann hier ein paar Hilfe benutzen. aber trotzdem weiß ich jetzt grad nicht was kommt okay das sind menschen ah ok verstehe gegner na super als hätten das hätte ich die grufen wie auf knopfdruck kommen sie das war jetzt ein fehler das war ein großer fehler jetzt aber die besiege ich schon das schaffe ich schon so schlecht bin ich auch nicht wo kommen die gegner wenn sie aussteigen das weiß ich da sind sie schon stirbt doch eigentlich ich habe keine bock auf solche kämpfe aber es muss sein erscheint Okay. Weiter geht's. Irgendwo haben sie doch angehalten. Ah, okay. Okay. Oh, shit. Heute ist, äh, spackig irgendwie voll rum. Okay. Okay. Wie geht's weiter? Okay, ich glaube jetzt, ja, da kommen schon die nächsten Gegner. Hallo? Ich hab schon Schnauze voll von den Gegnern. Ja. Ja. Ja.